Hallo zusammen, ich bin Coco und ich heiße Emilie. Wir stellen euch heute die Geige vor. Sie gehört zur Familie der Streichinstrumente. Auf der Geige gibt es vier Seiten. Sie heißen G, D, A und E. Dazu gibt es auch einen Spruch, der heißt G, D, A und E. Mit den Fingern der linken Hand kann man ganz viele wunderschöne Töne zaubern. Auf der Geige kann man laut und leise spielen. Wir stellen euch jetzt ein Stück vor. Hört genau zu, vielleicht kennt ihr das. Hört genau zu, vielleicht geht's. Ciao, tschüss. hes cristian. Hubert. �리